Ihr habt sicher, bei euch zu Hause viel Ausrüstung liegen. Manche für Wandern, manche fürs Klettern, manche fürs Eisklettern, manche für Hochtouren. Aber sicher ist, wir haben allesamt relativ viel Ausrüstung. Manche ist es irgendwo mal schnell im Sail abgestaubt worden, anderes hat man sich relativ lange überlegt. Aber eines ist ganz sicher. Wir alle haben Ausrüstung zu Hause, die wir eigentlich in dieser Form gar nicht wirklich brauchen. Und warum ich das behaupten kann, das möchte ich euch jetzt erklären. Zur Einleitung dieses Videos muss ich doch nochmal ein paar Sachen erklären. Vor kurzem ist mir aufgefallen, dass, und da kann ich mich selber auch nicht ausnehmen, viele Leute im Bergsport mit sehr viel Ausrüstung unterwegs sind, die sie im Zweifelsfall so gar nicht brauchen. Und vor allen Dingen, wir immer mehr dazu tendieren, dass wir sehr viel Geld für unsere Ausrüstung ausgeben. Das Interessante daran ist aber, dass viele Leute ihre Ausrüstung als genauso, wie sie sie haben, wichtig erachten. Und ich habe mich dabei gefragt, und das vor allen Dingen, nachdem ich mit vielen Leuten darüber gesprochen habe, wie wichtig ist Ausrüstung eigentlich? Und deswegen möchte ich heute über die Profilüge sprechen. Die Profilüge ist von mir ein selbst zusammengeschusteter Begriff, das gebe ich gerne zu. Und ich definiere damit vor allen Dingen das Problem, dass wir Sachen kaufen, die wir so in diesem Stil und in dieser Ausprägung vielleicht gar nicht brauchen. Ich möchte euch in den nächsten Kapiteln vor allen Dingen zeigen, in was für Subkategorien man dieses Problem einteilen kann. Und vor allen Dingen, ganz zum Schluss, wieso das eigentlich ein Problem sein kann. Wenn wir im Online-Shop unterwegs sind oder auch im Shop vor Ort, in einem lokalen Store, dann sehen wir uns um, sehen coole Farben, hohe Preise, niedrige Preise und so weiter. Und viele Welten treffen da aufeinander und auch viele Faktoren, die wir selber manchmal mehr oder weniger beeinflussen können. Aber spätestens, wenn wir alle durch die Beschreibungen der Produkte scrollen, werden wir sehen, wir könnten das eigentlich alles brauchen. Also jede Firma gibt uns natürlich auch immer einen Anreiz, das zu kaufen. Viele Faktoren, auch aus der Marketing-Psychologie, treffen hier in diesem Fall zu. Und wir Bergsportler sind dafür tatsächlich sehr, sehr anfällig. Denn wir vergleichen immer, wie sicher ist ein Produkt, wie effizient funktioniert es und wie viel muss ich dafür bezahlen. Außerdem ist Bergsport in den letzten Jahren zu einem Sport der eher wohlhabenderen Klasse geworden. Das bedeutet, die Firmen können sehr viel mehr Geld verlangen für eventuell sogar die gleichen Produkte oder nur sehr minimal abgeänderte Produkte. Und die Menschen werden es trotzdem kaufen, wenn der Kaufanreiz hoch genug ist. Und das alles endet in Wirklichkeit in einer Materialschlacht und vor allen Dingen in Selbstdarstellung. Denn wenn wir uns das Thema Influencer und Co. ansehen, was ich oft schon im Podcast besprochen habe, dann wissen wir alle, dass es vor allen Dingen darum geht, auch am Berg irgendwie auszusehen und Marken dabei zu haben und vor allen Dingen mit Equipment dabei unterwegs zu sein, was man kennt und was für sich steht und irgendwie ganz besonders aussieht und sehr professionell vor allen Dingen aussieht. Wir alle wollen mehr oder weniger professionell aussehen. Und da möchte ich jetzt einen Cut machen und möchte das Ganze mit Beispielen sehr gut unterfüttern. Reden wir über das Thema Gewicht. Hier habe ich schon mal ein Video dazu gemacht. Ich werde euch das da oben rechts verlinken. Da habe ich schon mal drüber gesprochen, wie viel mehr wir eigentlich dafür bezahlen müssen, dass wir ein wenig Gewicht sparen können. Also wie viele hunderte Euro etwas mehr kostet, obwohl es nur 100 Gramm beispielsweise sparen kann. Ich möchte das anhand dieser drei Eisschrauben hier etwas verdeutlichen und nochmal ein bisschen klarer darstellen. Klar, das sind jetzt drei unterschiedliche Längen. Ergo wiegen sie grundsätzlich deutlich unterschiedlich, haben sie deutlich unterschiedliche Gewichte. Aber darauf möchte ich gar nicht so hinaus. Ich möchte auf ein feines Detail hinaus und das liegt vor allen Dingen im Preis. Denn die lange Eisschraube, die hier, gehen wir mal davon aus, die werden alle drei jetzt gleich lang, die kostet um die 60 Euro. Die hier kostet um die 70 Euro und die hier kostet um die 80 Euro. Hier reden wir von einer Standard-Eisschraube. Hier reden wir von einer Light-Eisschraube. Und hier sprechen wir von einer Laser-Speed-Light. Also quasi der aller, aller leichtesten Version, die man von Eisschrauben kaufen kann. Der tatsächliche Gewichtsunterschied ist bei gleicher Länge relativ marginal. Wir sprechen hier von 30 bis 50 Gramm. Natürlich kommt es dann auch wieder auf die Länge der Eisschraube an. Aber bei den kleinen eher so. Sprechen wir so von 30 Gramm bei 20 Gramm. So in die Richtung. Dafür bezahlen wir aber pro Stück natürlich 10 Euro mehr als bei der nächst leichteren oder nächst schwereren Version. Das bedeutet, wir zahlen für relativ wenig Gewichtsunterschied, zahlen wir doch einen stolzen Preis drauf. Denn wenn wir das Ganze fünfmal machen und vielleicht braucht man mal fünf Eisschrauben oder was, je nachdem was man vorhat, dann zahlen wir fast eine ganze Eisschraube extra drauf. Dafür, dass wir halt 150 Gramm weniger dabei haben. In anderen Sprachen, die vielleicht etwas allgemeingültiger sind, wäre das beispielsweise bei Schuhen. Bei Schuhen haben wir einen normalen Scarpa-Bergschuh. Dann haben wir die Light-Version. Das sind dann meistens die Tech-Versionen. Die sind dann nochmal abgespeckter und nochmal auf ultra leicht getrimmt. Und die kosten aber deutlich, deutlich mehr Geld, haben aber das Problem, dass sie in ihrer Haltbarkeit viele, viele Abstriche machen müssen. Dazu habe ich da oben schon mal ein Video gemacht, wo es darum geht, was Bergschuhe wirklich können und das Problem mit Bergschuhen. Also auch hier wieder Ultra Light hat auch wieder Nachteile. Das ist bei Eisschrauben so konkret jetzt nicht der Fall. Aber die Technik dahinter ist immer die gleiche. Wir machen Produkte leichter und dadurch können sie aber auch einen höheren Preis rechtfertigen, die Hersteller. Gleichzeitig müssen wir uns aber selber fragen, ob diese Gewichtsersparnis wirklich von Relevanz ist für einen persönlich. Ich meine, wir reden von 30 Gramm. Überlegen wir uns das Ganze mal bei einer Eisschraube, die wir für den Gletscher, für Hochtouren mitnehmen. Dann nimmt man für ganz leichte Hochtouren in der Regel nicht mehr als eine Eisschraube mit. Dann sind wir da bei 20 Euro Unterschied, wenn man eine Ultralight kauft oder eine normale. Und diese 20 Euro Unterschied, naja, das ist halt Geld. Und wir reden von 30, 40 Gramm. Also, ich meine 30, 40 Gramm. Das ist wahnsinnig wenig Gewicht. Und wenn wir dann noch über den Faktor Leistung sprechen, dann sollte man das wirklich in Relation setzen. Dieses Thema für sich allein, das Gewicht. Denn wenn ich um 30, 40 Gramm feilschen muss, dann weiß ich, dass ich für eine Tour wahrscheinlich nicht ausreichend vorbereitet, ausgerüstet, trainiert bin. Denn die 40 Gramm dürfen niemals das Problem sein. Und selbst wenn man drei davon mit hat, dürfen die 120 Gramm nicht das Problem sein. Aber nicht nur beim Gewicht gibt es die Lüge, dass immer das Allerleichteste gerade leicht genug ist. Es gibt auch die Leistungslüge, die hier meiner Meinung nach unter die Profilüge fällt. Denn auch hier suggerieren uns Marken, ja, wir brauchen jedenfalls das hochwertigste Material mit den besten Werten, mit den besten Eigenschaften. Und drunter können wir es nicht machen, weil drunter ist Bergsport gefährlich oder uncool oder komplizierter oder was auch immer. Das funktioniert sehr subtel in den Werbebotschaften, aber es funktioniert sehr, sehr gut. Und das sieht man einfach an den Absätzen der Firmen, gerade im hochpreisigen Segment mit den hochpreisigen Produkten. Schauen wir uns das aber einfach mal faktisch an. Ich habe hier zwei Jacken liegen. Der Preisunterschied liegt bei Ihnen ungefähr bei 200 Euro. Also das ist rein die Differenz. Und jetzt überlegen wir einfach mal, was wir mit den Jacken so machen können. Und ich möchte es hier ganz objektiv und nüchtern betrachten. Das hier ist eine mit Netz ausgestattete zweilagige Hardshelljacke. Wenn man damit auf Hochtouren gehen möchte beispielsweise und das ist vielleicht etwas feucht und ein bisschen nass, logischerweise, wie es bei Hochtouren so ist, dann passt die perfekt. Ich meine, sie ist relativ leicht. Man kann sie sehr, sehr klein machen. Sie hat ein angenehmes Packmaß dementsprechend und sie hält einen trocken über relativ lange Zeit. Es ist nicht super komfortabel, wenn man sehr viel schwitzt oder so. Aber das ist in der Regel beim Anwendungszweck einer klassischen Regenjacke nicht unbedingt das Problem. Schauen wir uns diese Jacke hier an. Wir haben hier eine dreilagige Hardshelljacke, die voll zusammenlaminiert ist. Also es gibt hier kein Netz und kein gar nichts. Und man kann sie für Hochtouren ganz gut verwenden. Sie hält dem Regen, dem Schnee, der Feuchtigkeit natürlich dementsprechend lange Stand. Die Dreilagen haben gegenüber den Zweilagen Vorteile in der Abriebfestigkeit. Also das Laminat ist grundsätzlich hochwertiger. Aber im Prinzip kann man damit auf Hochtouren gehen und kann eigentlich alles machen, was man damit machen will. Sie hält einen trocken. Wir reden hier aber von 200 Euro Differenz. Aber jetzt ist meine Frage, was rechtfertigt die 200 Euro Preisunterschied für dich? Es geht nicht darum, dass technische Daten besser sind und damit ein höherer Preis gerechtfertigt werden kann. Es geht um rein und technische Daten. Ich komme auf den Preis gleich nochmal zu sprechen. Aber in den technischen Daten kann es sein, dass diese zweilagigen Jacken vollkommen ausreichend sind für dich. Oder zweieinhalb lagige Jacken. Das ist absolut subjektiv. Aber wenn wir ehrlich zueinander sind, dann wissen wir beide. Ich, du, er, sie, es. Wir machen meistens Touren, wo solche günstigen Jacken absolut ausreichend sind. Und das sind Jacken, die kosten 100 Euro. Das ist nicht wenig Geld. Das ist, es ist Geld einfach. Aber das hier sind 300 Euro Jacken, 400 Euro Jacken. Und da ist halt die Frage, verwenden wir, nutzen wir diesen Leistungsaspekt, den so teure Jacken mitbringen, eigentlich aus, dass sich das lohnt, hier zu investieren. Wenn wir eine Jacke fürs Wandern suchen, dann sollten wir uns nicht das Beste, was es am Markt gibt, kaufen, sondern wir kaufen uns am besten das, was dafür funktioniert und preiswert ist. Das ist zumindest meine Philosophie. Das Marketing hat aber in den letzten Jahren wahnsinnig stark funktioniert. Das muss man ihnen ehrlich lassen, den Marken. Geht doch einfach mal Touren mit günstigen Jacken, mit zweieinhalb Lagen Jacken, die 100, 150 Euro kosten. Und ihr werdet sehen, ihr habt keinen Stress damit. Und ihr werdet mit richtig, richtig teuren, hochwertigen Produkten einfach nicht besser unterwegs sein. Und dann gibt es noch den Punkt, oder das Kapitel, die Produkte. Es gibt Produkte, die sind für eine sehr, sehr spezielle Zielgruppe konzipiert worden. Sie müssen sich aber irgendwie für den Hersteller auch wieder rechnen. Mein Paradebeispiel hier in diesem Fall ist die Laufweste, Trailrunning Westen. Die verkaufen sich seit letztem, vorletztem Jahr wie geschnitten Brot. Sie sind unfassbar teuer. Sie sind in der Verarbeitung relativ schlecht, wenn man sie jetzt mit einem echten Rucksack vergleichen würde. Also alles ist sehr fragil und sensibel. Wenn ich da irgendwo mal wirklich fest anreiße, dann ist das Ding kaputt. Das ist etwas, was bei einem klassischen Rucksack nicht passieren würde. Immer mehr Leute sind der Meinung, sie brauchen solche Dinge. Sie werden immer in höheren Stückzahlen produziert. Dementsprechend muss die Nachfrage also auch höher sein und so weiter. Ich habe so einen Teil bei Touren, also bei Laufrunden, die über zweieinhalb, drei Stunden hinausgehen, weil es praktisch ist, wenn man nicht irgendwo mal was trinken kann. Wenn man irgendwo in den Bergen unterwegs ist, wenn man irgendwo einfach in der Pampa unterwegs ist, auch wenn es keine Berge sind. Da ist es praktisch, wenn man was zu trinken mitnehmen kann, etc. Ich sehe aber immer mehr Menschen, die damit auch in die Berge gehen und dadurch aber sehr, sehr wenig Equipment nur mitnehmen können, weil die Zielgruppe dafür nicht gedacht ist. Aber das Marketing muss dementsprechend funktionieren. Diese Dinger müssen sich rechnen in der Produktion, in der Herstellung. Da muss halt Masse raus. Und man schafft das, indem man eben einen gewissen, ja, ein gewisses Feeling, eine gewisse Emotion im Marketing vermittelt, dass man ja schnell sein will. Und jeder will schnell in den Bergen sein, auf jeden Fall. Jeder will gern so schnell wie möglich am Gipfel sein. Und das kann man perfekt kombinieren mit dem Marketing für eine Laufweste, denn sie ist leichter als ein Rucksack. Man tut nur das Nötigste rein, was auch immer das sein soll. Aber man ist dann richtig schnell. Und deswegen kaufen sich die Leute genau sowas. Es gibt Produkte, die werden nur dafür beworben, dass sie eine Zielgruppe kauft, die eigentlich gar nicht die Zielgruppe des Produkts sein sollte. Und ich bin zu 99% meines Lebens nicht die Zielgruppe dieses Produkts. Das Teil ist schweineteuer. Ich glaube, ich habe dafür 100 Euro bezahlt. Das ist, im Prinzip ist es Nylonmüll, der zusammengenäht wurde. Und ich persönlich denke mir manchmal, wow, wie kann man eigentlich so blöd sein und sich sowas kaufen? Weil ich es persönlich eben auch bin. Und dazu gleich nochmal mehr in einem kleinen Fazit. Wir sprechen davon, dass wir tatsächlich auf eine Profilüge reinfallen. Denn ich bin kein Profi. Du bist wahrscheinlich auch kein Profi. Wir haben aber vielleicht beide dieses Teil hier. Das ist ein Teil für Profis. Für Leute, die jeden Tag das machen, wofür dieses Teil letztlich gedacht war. Und die damit viel Geld verdienen. Oder wenig Geld damit verdienen. Und sehr ernsthaft trainieren. Aber wir beide tun das nicht. Und wenn du das tust, dann hast du auch definitiv eine Verwendung für das. Aber was eigentlich, und da komme ich jetzt zum grundsätzlichen Problem, was eigentlich die Message hier sein sollte. Wir kaufen sehr viele Sachen, die wir gar nicht brauchen. Nicht im Sinne von, wir können sie uns leisten, deswegen kaufen sie wir uns, weil wir sie schön finden oder weil wir sie brauchbar finden. Darauf will ich überhaupt nicht hinaus. Ich will vielmehr darauf hinaus, dass wir eigentlich meistens die Opfer von sehr, sehr gutem Marketing sind. Aber wir alle geben sehr ungerne zu, dass wir halt leider ziemlich doof sind. Dass wir uns sehr, sehr leicht manipulieren lassen. Und deshalb mache ich jetzt hier den Anfang. Ich glaube, dass ich in den letzten Jahren sehr viele Dinge gekauft habe, weil ich sie mir selber irgendwie schön geredet habe, weil ich sie in einem Geschäft gesehen habe oder weil ich sie online irgendwo gesehen habe, aber sie in Wirklichkeit nie bis an die Grenzen des Möglichen ausgenutzt habe. Ein Beispiel wäre, als ich für Wettkämpfe trainiert habe im Klettersport, habe ich mir regelmäßig andere Kletterschuhe gekauft, weil ich immer das Gefühl hatte, die Kletterschuhe sind das Problem, warum ich nicht das eine oder das andere Problem lösen kann. Und ich muss sagen, ich bin ja in Geraden geklettert, in denen man darüber nachdenken kann, ja, da müssen schon spezielle Schuhe her und so weiter. Und da habe ich mich verloren in der Spirale, dass der Schuh ja perfekt sein könnte. Und dann habe ich bei dem Profikletterer die Schuhe gesehen, dann habe ich mir die mal angesehen und ich habe mir die alle gekauft. Und ich habe die alle ausprobiert. Ich war ein Idiot an diesem Punkt. Ich gebe gerne zu, ich bin blöd. Ich sehe etwas bei YouTube, bei einem Clip von einem professionellen Athleten und denke mir, naja, aber vielleicht könnte ich das ja auch irgendwie brauchen. Und die Wahrheit ist, ich brauche fast nichts davon. Ich brauche keine Laser Light Speed Eisschrauben. Ich brauche auch keine Trailrunning Westen. Ich brauche nicht drei neue Paar Trailrunning Schuhe pro Jahr. Und ich brauche sehr, sehr viel anderen Scheiß nicht. Ich bin blöd, weil ich darauf hineinfalle. Und jetzt könnte man natürlich sagen, und das werden viele von euch sagen, ja, aber du kannst es dir ja leisten, dann mach es doch, dann macht es ja Spaß, dann kauf es dir halt und hab halt deine Freude damit. Und das können viele von euch sagen, indem sie sich das auch dann dadurch selber schönreden. Aber die Realität ist, alle von uns, egal auf wie viel Geld wir sitzen, die Realität ist, wir könnten mit dem Geld einfach so viel klügere Sachen machen, als Scheiß kaufen. Der erste Schritt wäre nur, dass wir uns eingestehen, dass wir uns wahnsinnig leicht beeinflussen lassen und wahnsinnig gerne Scheiß kaufen. Und natürlich sind diese Produkte irgendwo, irgendwie relevant. Aber genau das ist der Punkt der Profilüge. Die Laserspeed Light-Eisschrauben, die 30 Gramm weniger wiegen, als die normale Eisschraube und 15 Gramm weniger, als die Light-Eisschrauben, die normalen Laserspeed-Eisschrauben. Wir werden niemals in den Geschmack kommen, dass es sich richtig gelohnt hat, diese Mehrkosten in Kauf zu nehmen. Und wenn ihr der Meinung seid, es war es auf jeden Fall wert und ihr werdet mit einem schwereren Produkt oder mit einem leistungsschwächeren Produkt nicht zurechtgekommen, dann würde mich interessieren, in was für einem Fall das der Fall war. In diesem Sinne, ich möchte hier nicht auf irgendjemanden einprügeln. Ich glaube, ich habe die letzten zwei Minuten recht gut präsentiert, dass auch ich Teil des Problems bin. Insofern vielleicht einfach mal auch ehrlich zueinander sein. Die Profi-Lüge ist damit komplett. Bergheil.